Herzlich willkommen! In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie dank KI-Unterstützung in Inlox aus E-Mail-Texten Aufgaben generieren und in Ihren Inlox-Projekten erfassen können. Legen wir los! In Inlox Web App klicken Sie im Menü auf Erfassen. Unter Posteingang markieren Sie die E-Mail, aus der Sie Aufgaben generieren möchten. Wählen Sie aus der rechten Spalte das Projekt aus, in dem die neuen Aufgaben angelegt werden sollen. Nun klicken Sie auf Aufgaben identifizieren. Inlox identifiziert die Aufgaben aus der E-Mail, schätzt die jeweilige Dauer und schlägt auch ein Datum für die Fertigstellung vor. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Aufgabe im ausgewählten Projekt anzulegen. Um die Aufgabe weiter zu spezifizieren, klicken Sie auf den Projektnamen, um direkt ins Projekt zu gelangen. Dort klicken Sie auf den Reiter Aufgaben, um das Kanban-Board aufzurufen. Die aus der E-Mail generierten Aufgaben finden Sie in der Spalte Nicht begonnen. Nun können Sie die Details ergänzen und zum Beispiel eine Beschreibung einfügen oder eine andere Ressource zuweisen. Fertig! So schnell machen Sie dank der Microsoft 365 Integration und dem Inlox KI-Assistenten aus E-Mail-Text neue Projektaufgaben. Sie haben weitere Fragen zu dieser oder anderen Inlox-Funktionen? Dann kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website www.inlox.de www.inlox.de